Ich habe das Gefühl, antimuslimischer Rassismus wird immer stärker in Deutschland thematisiert. Vor allem nach den rechtsterroristischen Anschlägen von Halle und Hanau hat das Thema rechte, rassistische und antisemitische Gewalt noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Auch von allerhöchster Stelle. Das ist gut. Ich glaube, die Solidarität nimmt zu. Gleichzeitig nimmt aber auch der Hass und die Hetze zu. Da sieht man eben, dass es mehr solcher Anschläge in jüngster Zeit gab in Deutschland. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass das Thema mittlerweile, jetzt seit zehn Jahren, ein Wahlkampfthema ist. Ein Thema ist, was Öffentlichkeit interessiert, was Debatten mitbestimmt. Die Ideologien müssen auch durch die Ideen und die Verwahrung der Diskussion werden. Und so, die Verwahrung der Kultur des Islam ist hilft, und die Verwahrung der Kultur des Islam ist hilft, ohne Transzinger auf die Verteilung oder die Verteilungspunkte, bleibt, nach der Sicherheit und der Werteilung, die Schönheit, die Bestätigkeit, die Beleidung, die Beleidung, die Musik, die Humanität, der Humanismus. Es muss weiter erklären, zu sprechen, zu finden, zu finden, die Argumente, die in der Religion religiöse finden. Denn alle Probleme kommen aus meiner Erinnerung. Und da geht es um diese jungen Menschen, die sagen, sie sagen, sie sagen, sie sagen, sie wissen, 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 sie wissen. Generell geht es darum, Jugendlichen basic skills in kritischer Medienkompetenz mitzugeben. Also sozusagen zu schauen, woher beziehe ich mein Wissen, was sind meine Quellen, kann ich das glauben, was ich dort lese, woher hat die Person das, was sie im Internet postet. Und ich glaube, gute politische Bildungsarbeit sollte so ausgerichtet sein, dass sie die Türen für Gespräche aufmacht. Und das ist eben auch sehr interessant. Denn oft werden Bildungsangebote mit Präventionsarbeit zusammengetan. Und Prävention ist eigentlich etwas, was uns schützen soll. Also wenn wir uns irgendwie impfen lassen, dann schützen wir uns präventiv vor einem Virus. Da werden die Türen zugemacht für den Virus. Und Bildungsarbeit möchte aber nicht die Türen zu machen, möchte die Türen aufmachen. Und deswegen die Türen aufmachen für Dialog, für Gespräche und auch für kontroverse Themen. Die Jugendlichen, wenn sie Forderungen stellen oder wenn sie an Schweigeminuten bei islamistischen Anschlägen nicht teilnehmen wollen, das ist kein, nicht unbedingt, nicht immer ein Ausdruck von Radikalisierung ist. Da ist uns auch wichtig, die Fragen der Jugendlichen zu übersetzen. Also wenn Jugendliche sehr provokative Fragen haben oder Forderungen haben, beispielsweise wenn Jugendliche sagen, sie möchten in der Schule einen Gebetsraum haben, dass die pädagogischen Fachkräfte an dieser Schule nicht sofort die Befürchtung haben, diese Jugendlichen hätten sich ideologisiert oder radikalisiert, sondern das zu verstehen im Sinne des Wunsches nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach Gesehenwerden, nach Wertschätzung. Ja, ich glaube, dass intersektionale Bündnisse mehr und mehr wichtig sind. Ich würde es gar nicht nur auf diesen interreligiösen Dialog verengen, sondern ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland betroffen sind von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und manchmal auch eine Mehrfachdiskriminierung, also diese intersektionalen Verschränkungen vorliegen. Und deswegen finde ich es total wichtig in der Arbeit gegen Extremismus, Hass und rechte Hetze, dass man sich mit seinen nächsten Verbündeten, mit seinen Allies zusammenschließt. Und das können eben Menschen sein, die in queeren Committees aktiv sind, die in jüdischen Committees aktiv sind oder die eben feministische Arbeit machen. Und ich glaube, das ist super, super wichtig. Wir machen das seit Jahren, aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir viel Gegenwind bekommen, weil viele Menschen das nicht so ganz einordnen können. Wie, das sind jetzt Muslime, aber die machen auch irgendwie Arbeit mit queeren Menschen und bezeichnen sich als Feministen und FeministInnen und wie geht das alles? Aber es geht wunderbar und ich glaube, das ist die Zukunft. Meine Antwort wäre, dass wir auch im politischen Prozess und auch im zivilgesellschaftlichen Bereich, im Bereich von Bewegungen, uns immer mehr in eine Richtung bewegen, wo unser Modus unserer Selbstidentifizierung der ist, dass wir durchaus mit unseren Ideen falsch liegen können. Wir müssen natürlich trotzdem Grenzen ziehen können zu eben denen, die die kollektive Identität ethnisch rassifiziert verstehen. Dennoch müssen wir immer wieder Allianzen auch neu justieren. Und um uns neu justieren zu können in unserer kollektiven Identität und unserer Gruppenidentität, müssen wir halt eine gewisse Offenheit in unsere Selbstbeschreibung ein- oder implementieren, dass wir durchaus auch mal falsch liegen können. Ich bin auch sehr dafür, nicht nur auf Jugendliche zuzugehen und zu sagen, hier, die hätten noch ein Bildungsdefizit, sondern das breiter aufzustellen und zu sagen, ja, Erwachsene müssen genauso adressiert werden, um die irgendwie fit zu machen, damit die Rechtsextremismus erkennen und ihren eigenen Rassismus reflektieren und dass die Leute einfach fit da drin bleiben. Und ich glaube, genau deswegen ist es total wichtig, dass es weiter eine Förderung dazu gibt, dass es eine Professionalisierung dazu gibt. Dazu braucht man Geld, wenn man Menschen dazu befähigen will. Und deswegen glaube ich, dass die Projektarbeit zu genau diesen gruppenbezogenen Menschenverhältnissen total wichtig ist.